Herzlich Willkommen zur Erlebnisausstellung Jung & Konfi in St. Lamberti in Oldenburg. Den ganzen Februar die Gelegenheit, Sie zu besuchen. Mach's Maul auf, so heißt eine der zwölf Stationen. Weil es darum geht, dass Christen Farben bekennen. Sagen, was ihre Meinung zum Geschehen der Welt ist. Zum Beispiel, was zum Klimawandel zu sagen ist. Oder zum Thema Frieden. Hier kann es aufgeschrieben werden und kräftig ausgesprochen. Jugendarbeit und Konfirmandenzeit. Zwei Dinge, die miteinander zu tun haben. Eine gute Jugendarbeit und eine gute Konfirmandenzeit werden miteinander verknüpft. Hier im Kauglingautomat kann man Kugeln bekommen. Und überlegen, gehört der Begriff, der dort steht, eher zur Jugendarbeit oder zur Konfirmandenzeit? Wenn es gut gelingt, weiß man manchmal gar nicht mehr so genau, wozu man eigentlich das Band knüpfen soll. Es geht um die Taufe. Gott sagt Ja zu unserem Leben. Und warum nicht einfach mal diese Station nutzen, um selber Ja zu sagen, dazu, dass ich getauft bin. Und einen erfrischenden Schluck frisches Wasser zu sich nehmen. Und ein Glas mit nach Hause nehmen und draufschreiben, sag Ja oder ich sage Ja zu meiner Taufe. Ein Taufsymbol aufmalen und sich an diese Ausstellung und die Taufe erinnern. Welches sind die Top 5 der Konfi-Lieder? Damals und heute zur Konfi-Zeit gehört das Singen dazu. Hier besteht die Möglichkeit reinzuhören in über 30 Lieder, die gesungen werden. Und ein Votum abzugeben. Welches Lied gefällt mir besonders gut? Hier geht es um Fischfutter. Fisch deshalb, weil der Fisch auch ein Symbol des christlichen Glaubens ist. Viele Themen der Konfirmandenzeit sind hier in Boxen zu finden. Einfach mal auftun, reinschauen und Entdeckung machen. Welche Themen sind interessant für Konfis? Welche Themen sind wichtig, weil wir sie als Kirche gerne weitergeben wollen? Und wer genug gesucht hat, kann auch entscheiden, welche Themen ihm oder ihr besonders wichtig sind. Einfach den Faden spannen und sagen, das und dieses Thema, das möchte ich stark machen. Herzlich Willkommen bei Zutisch. Neben der Taufe ist das Abendmahl das zweite Sakrament, das in der evangelischen Kirche besonders wichtig ist. Es geht darum, Gemeinschaft zu erleben, mit Jesus, sich an ihn zu erinnern und miteinander einen großen Kreis zu bilden. Vielleicht den Namen auf die Tischdecke schreiben, ein Stück Fladenbrot zu teilen und eine Weintraube. Friede sei mit dir und auch mit dir. Confuture, den Blick in die Zukunft wagen. Wie sieht Konfizeit in 20, 40, 50, in 100 Jahren aus? Dort steht zum Beispiel geschrieben, Konfirmandenunterricht auf dem Mars. Warum nicht? Konfizeit ist international. Deswegen haben wir einen Globus gestaltet. Und Berichte von Auslandspastoren und Pastoren über ihre Erfahrungen in der Konfizeit in Portugal oder in Südafrika oder in Peru. Und wer genau liest, wird auch feststellen, warum in Finnland die Konfizeit so eine schweißtreibende Angelegenheit ist. Zwölf Stationen zur Konfirmandenzeit und zur Jugendarbeit. Nein, eigentlich sind es 13. Denn hier an diesem Kerzenständer zünden viele Konfirmanden und Besucher eine Kerze an. Denken an Menschen, die ihnen wichtig sind. Und irgendwie gehört deshalb diese Station auch zur Ausstellung dazu. Oder umgekehrt. Jung & Konfi, die Erlebnisausstellung. Sie ist ein Kooperationsprojekt des Landesjugendfahramtes und der Arbeitsstelle für Religionspädagogik. Und ist entstanden in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugenddiensten der Wesermarsch und Oldenburg-Stadt. Und vielen Ehrenamtlichen, die ihre Ideen mit hinzugetan haben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank.